Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Oblitter Racers mit den üblichen Verdächtigen. Ich bin die Nummer 8 und der Rest stellt sich am besten selber vor. Wer ist die Nummer 1? Ich! Markus! Die Nummer 6! Der Guten! Hallo! Der Guten! Und dann bleibt noch die Nummer 99 übrig. Ach, ich bin die Nummer 6? Da musste ich auch mal hier drauf gucken. Der hat sich jetzt Manager vom letzten Mal geknommen. Jetzt weiß ich's auch wieso. Oh nö, komm ey. Aua! Uh, da gibt's ja die Minen! Mann! Oh Gott! Ey, da kann man gut Leute reinstürmen. Ich hab ja immer... Oh, leu! Ja! Oh mein Gott, ich bin einfach zu... Oh, oh! Verdammt, ich hab die Kurve nicht mehr gekriegt. Ah, ich bin... Yes! Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Oh mein Schild da. Warum, Sean, heil dich jetzt endlich? Was ist das für eine Kürze? Nein, nur voll in die Biegerei. Warum heil ich mich nicht? Ja, das ist... komisch manchmal. Äh... Also irgendwie ist die Kiste scheiße. Nummer 99? Wir kriegen doch ein Problem. Das ist ein Wahnsinn. Warum, Sean, heil dich jetzt endlich, du Kack-Buhn. Ich probier's auch... Du musst, glaub ich, was aufgenommen haben, dann geht's besser zum Heilen. Oder? Jetzt hat's gelangt, aber es hat ewig gedauert. Ja, Alter, den bist du dann auch nicht raufgekommen jetzt. Was war das jetzt, wie wir dich hier abschließen? Oh, komm, das denn jetzt her, ey. Oh, wo bin ich denn jetzt hin? Oh, schön in die Kurve. Oh, nein. Du mein Minen. Ich glaub aber, mit Schild kann man durch die Minen durchfahren. Sicher? Glaube ich nicht. Probier's mal. Probier's mal. Warte, ich mach das eh. Ich fahr eh immer rein. Nein, hängen geblieben. Irgendwie eben im Heilen klappt das nicht. Nicht immer. Ich hab noch schon kein Heile bekommen. Schild. Na, klar, ey. So, jetzt probieren wir's durch mit Durchfahren. Ja, man wird nur extrem langsam dann. Ja, na sicher. Nein, haha. Aber ich hätte doch locker auf die Strecke zurückfahren können. Wann schon. Oh, jetzt hab ich nix getroffen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Nein, da war eine Mine. Oh mein Gott, Alter. Du hast mich mit einmal nicht gekillt. Und es war nicht mal ne Grüne. Warte, ich bin der Vater ja schon wieder. Alter, warum könnt ihr euch heilen und ich nicht? Das sind die Icons, wenn du Icons aufnimmst. Ja, ich hab's. Nein, nein, nein. Nein, oh, scheiße, nein. Oh. Nein. Ist der Zumpf hier. Die rosa Raketen finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Oh mein Gott. Ja, genau. Du hast mich gestorben jetzt. Yes, schön. Ach scheiße, warum ist keiner aus der Kurve rausgeflogen? Oh, schade, ey. Das hat man aus der Kurve-Hörer, wenn die Mine geht. Fünf Wohnenslaved? Wer ist Piccolo? Ich. Gibt's nicht. Piccolo war aber beim letzten Mal, hatte ich den, glaub ich, ziemlich oft. Der war cool. Ja. Der ist fährt sich ein bisschen hektisch, sag ich mal, aber der ist cool. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Nein, 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 nein. Oh, verdammt, ey. Oh, zwei grüne Wanderer gewesen. Ist es, ey. Ja. So, kurz vor der Weiteren. Juhu. Nein. Oh, wieder gegen die Brücke. Oh, fuck. Ist mal scheiße, wenn man bei dem Minenfeld spawnt. Ja. Ich wollte Schildern machen. Oh, ich wollte dich abhängen. Ich bin jetzt zweiter, du was. Ich hab keine Chance gegen mich. Ihr Wohnens. Ich hab die 99 nur. So schön gewartet, ewig lange. I'm son. Yes. Ja. Scheiße, ich hab die gekriegt, die ich nicht gesehen kann. Ah. Aber ich bin nichts weiter geworden jetzt am Schluss noch. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe bei dem Modus nicht, wann man Punkte bekommt, davon nichts. Wollen wir mal einen anderen Modus spielen? Ich würde gerne dafür. Gut, dann spielen wir jetzt mal. Probieren wir mal was. Ach, dann doch. Dann bin ich dann so oft raus. Ich mach mal, ich mach mal Survival. Na und? Du triffst nämlich die ganze Zeit tot. Ne, wobei. Das ist blöd. Nehmen wir mal das hier. Ich pack nochmal einen Modifier rein. Nehmen wir mal, ja. So wird packt da irgendwas rein und er sagt doch nicht, was reinkommt. Oh, das ist cool. Ups. Ja, das war das. Aha, aha. Alle langsam außer der Host. Wir machen jetzt, ähm, es wechselt jetzt immer das Päckchen. Also ihr könnt jetzt, also die Päckchen, wo man auch sammeln kann, wechseln jetzt wild durch. Das heißt, ihr könnt nicht mehr planen und, äh, beschädigte Racer machen mehr Schaden. Geil. Goil. Dann bin ich ja die richtige Vernichtung. Hey, ich glaub die Map kenne ich noch gar nicht, oder? Doch, die hatten wir. Ah, das ist die gleiche Map, nur in Dunkeln. Richtig. Ja, okay, da hat mich gerade das Bildchen Hammerhart verarscht. Aber ich schau dir, boah, wie schnell die wechseln. Ey, das ist halt wie Mario Kart die Kistchen halt. Alter. Ach, ja, stimmt, jetzt kann man übrigens auch wieder, ne? Mit Steuerung mal schießen, ne? Ja, Steuerung schießen, schießen. What the fuck. Aber das ging mal schnell. Ach, nur einer muss überleben? Ja, ja. Yeah. Nicht mich. Nur weil ich dich getötet hab. Ja. Hör auf. Hör auf. Nein, 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 nein. Lass auf dir eins gehen. Ihren haben. Fuck. Du. So. Ja. Das ist jetzt der richtige Modus für mich. Da heißt es nämlich nur überleben. Ja, das stimmt allerdings. Da hat jemand vergessen zu starten. Naja, äh, irgendwie ging's nicht. Achso, okay. Bitte lass mich steuern, lass mich steuern. Ja. Ja. Oh mein Gott, da kommt von hinten einer. Ja. Ach Gott. Boah, der war richtig gut. Oh, komm. Lass mich in Ruhe. Alter, Lufttape, man kriegen könnte. Das wär übel geworden. Das ist so schäß zu steuern. Ja. Ey, Kass, was ist denn da so eine dumme Scheiße? Ohne Witz, Mann. Das wär so kacke. Du, Mia. Hier, tötet mal die Achtung. Jo, wahrscheinlich. Oh, Mann. Ich ziele. Wir müssen die Eins. Nein. Oh, ja. Ihr seid immer schneller als ich. Immer. In jedem Netz. Egal wo. Ihr seid immer schneller. Ihr habt so lachen, Mann. Das ist immer zisch. Das ist ein Mobbing. Das ist ein Mobbing einfach nur. Nein. Ihr stirbt, du Arzt. Wer hat jetzt gewonnen? Ja. Da geht es nicht so aufregt. Oh, nein. Siehst du auch, wenn es funktioniert? What the hell? Nein, nein. Ah, ich weiß, warum er zu viel Schaden macht. Ja, weil es gedamaged. Den Modus. Ja, den ich nicht eingestellt habe, durch Brodyfire. Nio, guck mal, 2.1. Alter. Ich krieg die Kieße, ey. Ihr seid so baum. Wieso hat gerade Sarge gewonnen? Nein, ich bin die ganze Vorrede. Reck dran, ey. Oh mein Gott, bin ich scheiße. Die 8, los. Die 8, wenn's... Ja! Was kann ich dafür, wenn du da echt hinter stehst? Ach Gott, ich hab's gewonnen. Ulla. Was? Irgendwie bin ich immer instant tot. Ich hab nur mehr einen Kill gebraucht. Das ist ein guter Modus, lass mal machen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Sieben Minuten. Achso, Moment, dann machen wir mal... Andere Modifier wieder. Andere Modifier, okay. Nein, die war nicht cool. Ich fand das witzig mit dem gezwitschten Boxen. Ja, die lasse ich auch erstmal so. Und ich finde auch der letzte, was ist, ist der stärkste. Weil es ist nämlich die Rangliste, glaube ich. Das wird witzig. Und... Finde ich mich gut, wenn's nach der Rangliste gehen würde. Du hast relativ viel Schaden gemacht. Okay, wir spielen jetzt mit dem Modifier Pinball. Collide with other racers for bumper mayhem. Wow. Das wird übel. Das wird richtig übel. Bedeutet, wir bleiben alle stehen am Anfang. So nach dem Motto. Weil die ersten, die sich beim Bumpen sind weg. Boah, das wird lustig. Das wird voll übel auf der Map. Ah, ich seh. Boah, ich hab urspät, dass die... Oh, bist du wahnsinnig. Hä? Ja, ich hab's begonnen. Ich hab's begonnen. Ich hab's begonnen. Pinball-Ton. Was? Was? Ah, du bist der Stimmfliegenkurz. Du bist ja... Du bist ja gemeinert. Und... Das ist ja wahnsinn. Ich ziele auf Binds. Na, klar. Kennt nicht mehr gehabt. So wird das gemacht. Aber Dalo noch mehr, mehr braucht, dass du es abschießen bekommst. Boah. Da hat aber jemanden guten Start, ey. Oh, Leute. Ich bin jetzt immer entschuldig. Das ist nicht gut. Das ist voll übel. Noll. Oh mein Gott. Voll jetzt war's. Auf die 8, auf die 8. Ne, 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 ne. Geiß, ich hab kein Item bekommen. Oh mein Gott. Wo bist du? Wo bist du? Ja. Was? Oh, das ist knapp, ey. Ich verrückte jetzt gerade. Also irgendwie ist der Modus strange. Boah, das ist knapp. Boah, das ist ja unglaublich. Bing. Fick dich. Wieso geht's ja auf mich? Wer ist tot eigentlich? Nein. Wie kann es sein, dass Markus trotzdem so viele Punkte kriegt? Weil ich Abschüsse mache. Also irgendwie komme ich mit dem Spielmodus gar nicht klar. Nein. Du musst gewinnen und abschüsse. Oh, verdammt. Ganz wichtig. Alter. Alter. Du bist so ein Arsch, ey. Schiss, ey. Junge. Oh. Ah. Autos sind im Weg. Ey, warum habe ich nur auf einmal eine Miele gehabt? Achso, scheiße. Das wechselt ja durch. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Guck, 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 guck. Boah, war das krass. Nein. Yes. Oh mein Gott. Irgendwann. Auf die 8, auf die 8. Scheiße. Boah. Das wagt doch. Der Modus ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich auch sagen. Ich finde, der ist schon lustig. Mh, ne, ich finde, der hat so viele Pausen, das ist irgendwie... Ja, das stimmt. Wenn man als erstes rausfliegt, hast du halt gelootest. Du kannst halt noch eine Lunde steuern, das kommt ja raus. Hast du mich selber getötet? Du schießt mich raus. Ja, klar, hol mich raus. Oh mein Gott. Läuft. Kling, kling. Ah, ich verkack's in der Kurve, immer ein Item aufzunehmen. Immer. Alter. Ich hab da ein Schild benutzt, du Scheiß, eins. Scheiße, ich hab nicht Markus abgeschossen, ich wollte auch Markus abschießen. Ja, drängt mich nur raus, ist okay. Okay. Nein. Alter. Das ging schnell. Eindeutig der Sieger. Eine Runde geht noch. So, dann mach ich jetzt mal Knockout. Und zwar... Der Hell. Knockout, das wird er. Nur noch ein anderer Modus. Bitte? Anderer Modus wird das jetzt, oder? Ja, ich hab einen anderen Modus, ja. Was muss man für Knockout machen? Dig Outer, okay. Einfach nur Punkte, Punkte, Punkte. Nimmst du eh die Kürzereform von den Runden? Äh, mein Auto bewegt sich nicht mehr. Oh, jetzt geht's wieder, oder? Interessant. Alter. Ich rutsche ein bisschen sehr, oder? Ja, minimal, ne? Ey, vergnassen. Boah. Da bin ich ein bisschen mehr Begriff mit am Panzer. Nein. Das hat man gerade gesehen. Ach Mist, aber das ist kein dauerhafter Modus, wo alle mitspielen dürfen. Ne, ne doch. Es gibt nur den einen Modus, wo alle mitspielen dürfen, so weiter. Ja, das ist Endurance, ja. Ja. Oh, lol. Ja. Was, ich hab nur mit 5 Points left. Ja, es geht relativ zügig, weil wir so wenig Spieler sind. Oh, Alter. Dieser Bumping ist so assi. Ich hätt's ausnehmen sollen, ey. Du hast eigentlich stillt. Nice. Oh, komm. Ja, klar. So, letzte rausgeschlossen. Drei Points. Ich glaube, jetzt werde ich mal die Eins fokussen, wenn ich tot bin. Das ging schnell. Markus hat sich selbst ausgeschossen. Nein. Alter, ich rutsche so krass. So heftig. Gut, und du musst dein Item anschalten, ne? Ja, würde ich ja gerne, aber gerade ging irgendwie gar nichts. Mein Kon... Ich weiß nicht, ob es der Controller ist oder das Spiel, aber irgendwie... Komm, 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 komm. Die 8, die 8. Nein. Schön in die Seite rein. Die 8, gewohnt. Gewohnt. Ey, ich will nicht auf der Außenbahn starten. Das ist unfair. Ja, geil. Komm gar nicht weg. Juhu. Batsch, schade. Outsch. Outsch. What the hell was? Die 6 müssen wir abschießen. Ja. Shit. Ha. Der ist der erste, der ist der erste, der hat einfach brauchen nur noch. Das ging schnell, ja? Der hat ja ziemlich viele Kills in den letzten paar Runden gemacht. So, ich bin hinten. Direkt nochmal zwei nachgeschoben. Jo. Und im wahrsten Sinne des Wortes geschoben. Ich war eine Wallflower, ey. So eine Wandblume. Ach so, oh, wie süß. Ich bin nicht dran geklebt. Oh, vielen Dank. Ja, mit den ganzen... Ja, ein bisschen zu Ende. Ich glaube, mit den ganzen... Complexen, was man da machen könnte, ist ziemlich noch viel möglich. Gut. Dann würde ich sagen, warst du das für heute? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Kackbratzen. Tschüssi. Tschüss.